Hallo, willkommen zu JacksWorld. Hallo und willkommen zu JacksWorld. Heute zeige ich euch einen Tieranhänger von Bruder. Nicht so ein einfacher Anhänger, sondern ein Tieranhänger. Und jetzt sehen wir uns gleich mal, wie er ausgepackt wird. Ich bin ein Tieranhänger von Bruder. Es gibt sogar eine kleine Anleitung. Hm, warte mal. Funktion. Weißt du, was das coolste ist? Weißt du, wo die Anhängerkupplung hin ist? Hm, 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 hm. Die ist unten dran. Jetzt geht da nicht raus. Tada. Hm. Was ist denn hier los? Komischer Draht. Er fliegt. Interessanter Türmechanismusöffnung. Hm, hm. Ich bin nur damit. Den Anhänger kann ich auch für meine Großwild-Safaris-Sachen einsetzen. Was sind das? Was sind das? Ach, ein Rennen geht da für die Tiere. Charakter. Auch Schuss-Sachen. Kann ich einfach rausnehmen? Kann ich noch einmal rausnehmen? Nein, was? Hm. Ich kann mir noch rausnehmen. Ich kann mir noch rausnehmen. So wird das gemacht. Was ist denn da? Mercedes betonischer roten Streifen. Orange. Den hatten wir schon vor. Den haben die uns nachgebaut. Das ist ein Drehmechanismus. Ganz unten. Damit kann der gesamte Wagen abgesenkt und gekippt werden. Um den Tieren das Einsteigen zu erleichtern. Und jetzt fehlt natürlich noch das Anbringen der Dalze. Weißt du was mich fragt, was das ist? Der Dalze ist eingerastet. Und hier sieht man auch nochmal den Drehmechanismus. Drehmechanismus. Das ist nicht. Okay. Drehmechanismus. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018